Warum ist die Unterscheidung in bewusste und unbewusste Sünde so wichtig? Über bewusste, vorsätzliche, willentliche, geplante und unbewusste Sünde im Alten und Neuen Testament. Ohne einen Unterschied von Sünde in vorsätzlich und aus Versehen neigt der Mensch dazu, Sünde zu verharmlosen. Wir sollen Sünde hassen und so viele Menschen rechtfertigen ihre Sünde damit, dass jeder Mensch sündigt. Und dann erklären sie ihr Gewissen trotz Sünde für rein und haben sich selbst für unerreichbar erklärt für die Reinheit. Im Alten Testament lesen wir in 4. Mose 15 Und wenn eine einzelne Person aus Versehen sündigt, dann soll sie eine einjährige Ziege als Sündopfer darbringen. Und der Priester soll Sündung erwirken für die Person, die sich versehentlich vergangen hat durch eine Sünde aus Versehen vor dem Herrn, um Sündung für sie zu erwerken und es wird ihr vergeben werden. Für den Einheimischen unter den Söhnen Israel und für den Fremden, der in ihrer Mitte wohnt, sollt ihr ein und dasselbe Gesetz haben für den, der aus Versehen etwas tut. Aber die Person, die mit erhobener Hand handelt, das heißt, die willentlich handelt, von den Einheimischen und von den Fremden, die lästert den Herrn. Und diese Person soll ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes, denn das Wort des Herrn hat sie verachtet und sein Gebot aufgehoben. Diese Person soll unbedingt ausgerottet werden. Ihre Schuld ist auf ihr. Das heißt, wir müssen erstmal ganz klar festhalten, es gibt einen Unterschied im Alten Testament zwischen versehentlich und mit erhobener Hand. Und wer diesen Unterschied nicht sieht, der vermischt willentliche und versehentliche Schuld. Und wer das vermischt, der rechtfertigt sozusagen automatisch seine willentliche Schuld damit, dass ja jeder sündigt. Und auch am großen Versöhnungstag brachte der Priester das Blut nur für die Verwirrungen oder Unwissenheiten des Volkes dar. In Hebräer 9, 7 lesen wir. In das zweite, aber einmal im Jahr allein der hohe Priester, nicht ohne Blut, das er darbringt, für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes. Immer wieder wird bei der Vorschrift des Sündopfers in 3. Mose 4 betont, dass es um Sünden aus Versehen geht. Wenn jemand aber bewusst und vorsätzlich sündigt, bot das Gesetz keine Möglichkeit zur Sündung. David kannte den Unterschied und schrieb im Psalm 19, Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück, sie sollen nicht über mich herrschen. Dann bin ich tadellos und bin rein von schwerem Vergehen. Nachdem David in schwere und bewusste Sünde gefallen war und Nathan zu ihm kam, um ihm die Augen zu öffnen, schrieb David im Psalm 51, Denn du hast keinen Gefallen am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten. Das heißt, der Weg, wie wir mit dieser Sünde umgehen, ist immer Buße. Die Gottesmänner des Alten Testament waren sich bewusst, dass aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt wirkt. Wir können uns das Heil nicht verdienen. Es ist alles Gnade. Wenn es Rechtfertigung gab, dann allein durch Gottes Gnade. Selbst da, wo es kein gesetzmäßiges Opfer mehr gab, blieb doch das Opfer des zerschlagenen Geistes und des zerbrochenen Herzens. Das heißt, Buße ist der Weg, wie wir mit Gott wieder in Ordnung kommen. Abkehr von dem Bösen und Bitte um Vergebung. Auch im Neuen Testament werden wir zur Heiligung aufgefordert. In Hebräer 12, 14 steht, Jagd im Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und auch im Neuen Testament werden wir gewarnt, dass bewusste Sünde sehr gefährlich ist. Die Bibel warnt uns weiterhin, mit der Sünde zu spielen. Letztlich ist bewusste Sünde Rebellion gegen Gott und eine Zusammenarbeit, Kollaboration mit Satan. Deshalb ist es dringend, dass Menschen in der Bekehrung alle Stationen von Apostelgeschichte 2, 38 durchlaufen und lernen, das zu lieben, was Gott liebt, und das zu hassen, was Gott hasst. Dafür ist Jüngerschaft erforderlich, um diese Dinge zu erkennen und sich zu lösen. Jede mutwillige Sünde, jede nicht überwundene Sünde hält dich in Unfreiheit, in einem schlechten Gewissen. Dafür ist die Taufe auf den Namen von Jesus Christus, um dich frei zu machen von aller Gebundenheit. Und wenn wir frei wurden, müssen und wollen wir in der Freiheit bleiben, weil es tausendmal besser ist, ein Sklave Christi zu sein, als ein Sklave der Sünde und Satans. Bewusste Sünde darf es im Leben eines Gläubigen nicht mehr geben. Sünde trennt uns. Sünde wirkt wie ein Bremskeil in der Gottesbeziehung. Heiligung wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Die Furcht des Herrn, gegeben durch den Heiligen Geist, macht genau das, was wir in unserem Leben in Heiligung brauchen. Bitte Jesus darum, dass dir die Sünde nicht mehr schmeckt. Gott befreit uns von unseren Feinden, aber nicht von unseren Freunden. Deshalb ist eine Entscheidung wichtig. Heiligung ist eine Entscheidung. Wir brauchen die Erkenntnis, dass wir Gläsern vor Gott sind. Er sieht alles. Unsere Motivation, unsere Wünsche, unsere Gedanken, unser Tun, unser Reden. Und wir müssen lernen, gläsern vor Gott zu leben, nichts zu verheimlichen. Bekehrung ist, keine Heimlichkeit vor Gott mehr zuzulassen. Alles ist offenbar. Das zeigt sich daran, wie wir auf Versuchung reagieren. Flüchten wir sofort zu Gott oder genehmigen wir uns, die verführerische Sünde noch ein wenig zu betrachten, sodass uns das Wasser im Munde zusammenläuft. Bekehrung ist diese Geschmacksveränderung, dass uns Sünde nicht mehr schmeckt und die Willensentscheidung, dass wir uns Gottes Willen unterordnen und seinen Willen tun. Sünde beginnt immer damit, dass man einer Lüge glaubt und dass man der Lüge nicht sofort die Wahrheit gegenüberstellt. Der Anfrage zum Ungehorsam müssen wir sofort unsere Bereitschaft zum Gehorsam gegenüberstellen. Amen.